Hey, du möchtest wissen, was die Corsair Ironclaw RGB Wireless kann? Ich zeig's dir. Zuerst einmal ist diese Maus für etwas größere Hände ausgelegt und hat dazu passend eine ergonomische Form. Man kann hier alle Tasten individuell belegen, wenn man aber die normalen Funktionen behalten möchte, hat man trotzdem 7 anpassbare Makro-Tasten. Die beiden Maustasten sind mit OMRON-Schaltern bzw. Switches ausgestattet und sind somit besonders langlebig mit bis zu 50 Millionen Klicks. Also auch wenn ihr 2000 Klicks pro Tag macht für 365 Tage im Jahr, halten die Switches ganze 70 Jahre, vorausgesetzt es geht eben nix anderes vorher kaputt. Beim Akku wird ebenso auf Langlebigkeit gesetzt und so hält sie satte 50 Stunden durch, bevor man sie über den Micro-USB-Port an der Vorderseite laden muss. Von außen betrachtet hat sie schicke 3-Zonen-RGB-Beleuchtung und gummierte, geriffelte Flächen an den Seiten für noch besseren Grip. Innen drinne versteckt sich ein 18.000 DPI-Sensor, der in 1 DPI-Schritten angepasst werden kann und ein Onboard-Speicher für bis zu 3 Profile. Mit dem PC kann man sie ganz simpel per Bluetooth, Slipstream Wireless mit Empfänger oder USB-Kabel verbinden. Bei weiteren Fragen wende dich gerne an uns, entweder direkt hier bei YouTube oder vor Ort im Markt.